. 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 Was f*** du? Eine, ähm, 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 ähm... Ach, Scheiß, da hat's drauf, kann mir mal Arsch retten, Scheiß... Mein Brett im Hintergrund einfach der halbe PC ab. Scheiße, irgendwie geht die Karte, irgendwie nicht. Ich stell mir das grad vor, wie er einfach alles dampft, er sitzt irgendwo im Nebel, er ist mit dem ganzen Zell, Scheiß. Ich hab Ventilante vorgestellt, es geht schon, alles klar. Es geht schon. Du weißt schon, dass wenn Kabelbrand ist, der Ventilator das beschleunigt. Ja, wenn da drin was brennt. Bis er halt komplett brennt, bis Feuerwehr kommt, dann sitzt er immer noch vom Rechner. Ich trau mich, wenn wir haben die Tour zu Ende und seit PC, lödet's komplett durch. Der brennt währenddessen komplett, darauf schüttelt seine Mutter sein Wasser drüber. Der PC von Honigkuchen brennt, das Kaspel ja klemmt. Du weißt... Nice. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020